Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Machen wir heute weiter mit dem Reverse-Duell vom letzten Mal, mit dem letzten Wahres gegen Soulburner. Und danach kommt das allerletzte Duell der Reigns-Kampagne, die wir dann echt schnell durchgespielt haben. Aber das war ja auch unser Ziel, nachdem wir festgestellt haben, dass es hier keine Story gibt, was echt fricking langweilig ist. Und ich keine Ahnung habe, wie soll man das machen im Spiel, wo es zumindest in der Kampagne eigentlich schon auch um die Story geht. Mit Unter. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. All dieser Aufwand für nichts und wieder nichts. It's a shame. Throw it into the trash can. Das war's für heute. Jetzt haben wir noch mal einen Friedwurf. Die End ist nahe. Jetzt krieg ich 500 Schaden. Ach ne, es war kein Feuermonster, lol. Nice. Und damit haben wir offiziell gewonnen. Parallele Pfade. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Typ weiß ja gar nicht, mit wem er sich hier angelegt hat. Mit Playmaker. Der Typ hat sowas von verloren. Und er weiß es noch gar nicht. Das war's für heute. 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 Okay. Der Typ wird einfach demolished, completely annihilated. Und das war dann einfach das letzte Duell, das gleiche Duell, was man quasi die ganze Zeit schon gespielt hat. Boring. Boring. Kranke Starthand, alter Holy Macaroni. Kranke Starthand, alter Holy Macaroni. Kranke Starthand. Mir wird es hier mal wieder zu einfach gemacht. Nächste Runde Sieg, Fragezeichen, Ausruhrzeichen, Fragezeichen, Ausruhrzeichen, Fragezeichen. Boom. Boom. Oops. And boom. 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 Okay. Okay. Warum sollte man das nicht nehmen? Oh oh. Alter, was? Alter, was? Oh mein Gott, wir haben verloren. Oh mein Gott. Ja, wir haben verloren, weil der kann einfach mal ein Vieh auf die Hand zurückschicken, der braucht ja gar nichts dafür. Und dann kann er einfach nochmal angreifen. Alter, der Effekt ist halt mal geisteskrank unfair. Vor allem, dass er es in einem beliebigen Zug machen kann, ist übelst unfair. Ja, wir haben es verstanden, du hast gewonnen, Bro. Kannst du jetzt bitte das Spiel beenden? Alter, dann plötzlich machen die Gegner 50 Sachen in einem Zug. Davor machen sie jeden Zug nur einen Monster, Alter. Meine Fresse, ey. Das hat aber auch schon heftig Glück gehabt, ey. Ein Zug mehr und ich hätte ihn gefinisht. Will er jetzt so tun, als könnte er was? Will er jetzt so tun, als wäre er der Main-Character in dem Anime? Nee, lächerlich. Hoffentlich haben wir eine gute Start-Hand. Diesmal nicht. Nichts schnell. Hallo? Schiebung. Schieb. 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 Oh Gott. Oh, soll ich einfach das Exodia-Deck auspacken? Ich meine, das Grabwächter-Deck haben wir jetzt ja schon oft genug gesehen eigentlich. Ich glaube, daran führt fast kein Weg vorbei. Mal gucken, wie die Start-Hand ist. Ist okay. Könnte schon besser sein. Ich könnte besser sein. Ja. Ist Das war's. Puh, tough call, man. Tough call. Ah ja, okay, annulierst du einfach meine Monster-Effekte, oder? Wahrscheinlich, Alter. Drecks viel Elendiges. Boah, ich hab gleich gar nicht nochmal ausspielen funktioniert, oder? Nee, nicht. Hm. 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 du kannst sie einfach nicht als karteneffekt auswählen unmöglich das ist ja schon fast Cheaten, Alter das ist wohl ein Fallfix, Zodiac ja, ist er nun Reverse-Duell, sowieso scheint so, als wäre sein Deck letztendlich doch tatsächlich mal halbwegs gut geworden ich bin nicht, denn er ist leckt wird Das war's. Das war's. Ah, come on, man. Was ist das wirklich dann? Oh, my God. Oh, my God. Wait, der Effekt von Töricht, das Begräbnis wird trotzdem... Das ist immer das, was bei Staub-Tornado, das ist immer das, was wir früher immer falsch... Ach, komm, Alter, hör halt mal auf, dich immer aufzuhängen, mein Gott. Was wir früher mal nie verstanden haben, dass es nicht den Effekt annulliert ist, lediglich die Karte zerstört wird. Und bei einer Karte, die sowieso eine einmalige Aktivierung hat, das eigentlich überhaupt nichts bringt. Aber an und für sich von der Logik her wäre es ja eigentlich schon richtig. Ihr aktiviert eine Karte und du zerstörst sie, aber da es ja auch Annulliere den Effekt gibt und das da nicht dabei steht, annulliert es nicht den Effekt. Boah, Alter, ich raste gleich aus, gell? Es ist so ein Drecksgame, man. Bitte hör auf zu laggen. Ich bitte dich, ich fliehe dich an, man. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So ein räudiger Dreck. Mein Gott, Alter. Ihr habt bestimmt schon drei Stunden in einem Game verbracht, wo ich mich einfach nur über die Legs aufgeregt habe. In einem Game, wo ich 40 Euro für bezahlt habe. Das kann halt eigentlich echt nicht sein. Von einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Das ist das Spiel, die sowieso schon fünfmal rausgebracht hat. Repackaged. Das ist so eine Frechheit, ey. Jetzt macht er erstmal 70 Link-Beschwörungen. Er sitzt jetzt mal morgen noch hier bei den Legs. Dass man ausgerechnet auch gegen den Trottel spielen muss, der nichts anderes macht, als 50 Karten pro Spielzug auszuspielen. Absolut zum Kotzen. Man stürzt halt wenigstens ab und beende unser Leid. Das kann ja nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ich gehe gleich aus dem Zimmer, komme wieder und der hat seinen Zug noch nicht beendet. Na wirklich, ganz ehrlich, das kann es nicht sein, Alter. Das kann es nicht sein, dass du hier hockst und zehn Minuten lang den Standbild anschaffst. Das kann es einfach nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin so froh, dass wir jetzt fertig sind, weil ich packe das nicht mehr. Das ist das... Ich packe es einfach nicht. Sowas macht mich wahnsinnig. Ich habe jetzt was zu tun. Ich habe gedacht, wir schaffen es. In 15, 20 Minuten hockst du da und schaust dir wieder nur das Scheiß-Standbild an, ey. Das kann einfach nicht sein. Jetzt habe ich das falsche Dick ausgewählt. Mein Gott. Ich habe das falsche Dick ausgewählt. Was ich auch sehr interessant finde, das Spiel lag nur im Game-Modus, niemals im Hauptmenü und niemals sonst irgendwie, das ist sehr interessant. Oh Gott, das war doch eine grottenschlechte Starthand, ey. Oh Gott, das war doch eine grottenschlechte Starthand, ey, das war eine grottenschlechte Starthand. Die eleganten Wohltäter, warum ziehe ich denn keinen mehr? Boah, Junge, ja, wir haben es verstanden, du bist der coolste Link-Beschwörer im Universum. Ich mach da gleich noch eine Beschwörung, pass auf. Oh, okay. 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 Uff, das kann ja nicht wahr sein. Alter, wo sind die eleganten Wohltäter? Was geht ab? Na also. Jede andere Karte erst dreimal ziehen, bevor die kommen. Na also. Finish him. Ich hab das Gefühl, ich hab mich grad eher mit den Legs duelliert, als mit Playmaker. Na ja, sorry, aber ich find's einfach so ne Frechheit, ich pack's einfach nicht. Damit sind wir mit der Kampagne durch. 100% abgeschlossen. Von jeder Kampagne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht zuhörs rein, wenden mich über einen Like-Kommentaren. Aber von euch freuen. Ciao, ciao.